Das Private Banking der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Bei uns erleben Sie Private Banking im Sinne genossenschaftlicher Werte. Bosche ist meine Leidenschaft. Der 911er ist der beste Sportwagen, der jemals gebaut wurde. Für mich steht er für Kraft, Eleganz und Schönheit. Jedes Mal verliebe ich mich in die Form und genieße jede Ausfahrt immer wieder aufs Neue. Mein Leben lang habe ich hart gearbeitet, um mir diesen Traum zu verwirklichen. Deshalb will ich sicher gehen, dass mein Vermögen in guten Händen ist. Private Banking, das ist für mich ein Rundum-Service oder zumindest ein guter Service der Bank. Das ist wie mit dem Bosche. Ein Bosche wird immer ein bisschen besser, egal wie viel schon gebaut worden sind von der Baureihe. Und genauso muss natürlich vom Private Banking das genauso sein. Es muss immer ein bisschen besser werden. Adolf Kolping hat schon vor 150 Jahren erkannt, dass Bildung eine wesentliche Grundlage für berufliches Ein- und Fortkommen ist. Und damit Wohlstand und ein zufriedenstellendes Leben ermöglicht. Diese Gedanken sind sehr faszinierend und deshalb engagiere ich mich schon seit vielen Jahren für die Kolping Akademie in Ingolstadt. Meine Eltern waren Gewerbetreibende und ich hatte das große Glück, dass sie mir eine solide Ausbildung ermöglicht hatten. Ich stehe somit auf ihren Schultern. Eigentlich leben wir alle von unseren Vorfahren. Wir stehen alle auf den Schultern unserer Vorfahren. Die richtigen Anlagemöglichkeiten sind deshalb entscheidend. Die Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte schafft mir diese Sicherheit. Genießen können ist gar nicht so einfach. In unsicheren Zeiten ist auch die Vermögensplanung schwierig geworden. Aber ich habe mit der Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte einen Partner, der mir die Möglichkeit gibt, gelassen zu bleiben. Ein Private Banking-Berater hat mir gezeigt, wie wissenschaftlich fundierte, langfristige Prognosen bei der Vermögensplanung helfen. Es gibt keine Faktoren, die bei der Vermögensplanung nicht berücksichtigt wurden. Ich war vorhin noch nie Kunde bei einer Volks- oder Raiffeisenbank und das war bis heute kein schlechter Schritt, muss ich im Rückblick sagen. Dieser finanziellen Sicherheit im Rücken fällt das Genießen leicht. Das Private Banking der Volksbank, Raiffeisenbank Bayern Mitte ist Ihr Experten-Team für Ihre Finanzplanung. Mit hochspezialisierten Analyse-Tools werden Optimierungsprozesse aufgezeigt. In Simulationen wird abgebildet, wie Ihr Vermögen die Krisen der letzten 30 Jahre gemeistert hätte. Unsere detaillierte Analyse bietet Ihnen einen Abgleich Ihrer derzeitigen finanziellen Situation mit Ihren Zielsetzungen und verdeutlicht Ihnen Ihr persönliches Optimierungspotenzial. Die Private Banking-Experten haben alle Szenarien durchgespielt und wissen, was zu tun ist. Das gibt mir die Möglichkeit, positiv in die Zukunft zu sehen. Die Private Banking-Experten